Das war die größte Stadt, die jemals gebaut wurde in Minecraft. Tatsächlich, und in dieser Map, oder in diesem Video, gibt es ebenfalls die größte Stadt, die jemals gebaut wurde in Minecraft. Da denkt ihr euch, hä, wie soll das denn gehen? Ja, was jetzt? Die alte oder die jetzt? Die alte, oder die letzte, war sieben Jahre in Planung und hat ein ganzes Server-Team dran gebaut. Und diese Map ist ebenfalls schon sieben Jahre in Planung, aber da hat eine einzelne Person dran gebaut. Und deswegen ist das hier die größte Stadt, die eine einzelne Person bisher gebaut hat. Zumindest steht es auch so bei ihm auf der Planet-Minecraft-Seite. Leute, ich gehe mal davon aus. Wir schauen uns das Ganze an. Er hat sich im Baugebiet ausgelockt, weil die Karte ständig noch weiterentwickelt wird. Er ist gerade bei 48% oder so, was hier steht. Und wird halt regelmäßig aktualisiert und hier wird noch weitergebaut. Ich mache mal Spectator-Mode und wir fliegen auch hier mal in die City rein. Und das Tolle bei dieser Map ist, sie läuft flüssiger. Apropos, ich wollte mal kurz was testen. Gib mir eine kleine Sekunde. Ich befinde nämlich gerade noch mal in Greenfield, was ich das letzte Mal vorgestellt hatte. Und die Karte läuft gerade flüssig. Ich glaube, ich hatte seit einigen Tagen bei mir Energiesparmodus im PC eingestellt. Habe das nicht gemerkt und deswegen hat alles immer ständig geruckelt und gelaggt. Genauso wie diese Map hier. Es tut mir leid, sie läuft eigentlich flüssig. Und ich kann mir vorstellen, noch hierzu noch mal was zu machen. Ist mir nur aufgefallen, weil ich vorhin den Schock meines Lebens bekommen hatte. Und ich gewundert hatte, warum der Stream am Hängen war. Aber so wie es aussieht, jetzt geht die Map hier flüssig. Gut, manchmal ist es eben die eigene Dummheit. Jetzt geht es auch wieder zurück. So, auch hier geht es flüssig weiter. Ich konnte mir nicht erklären, warum das ist egal. Und dieses Mal ist es auch nicht nur eine einfache Stadt, sondern eine Zukunftsstadt. Die Gebäude sind designtechnisch etwas anspruchsvoller als vielleicht normale Häuser. Und ich würde mich auch mit euch mal ein kleines bisschen hier umgucken. Man hat sich hier vorne sozusagen jetzt eingeloggt. Und hier könnte ich jetzt auch mal die Renderdissens hochschrauben und gucken, was passiert. Ja, jetzt kann man doch schon was sehen. Ich bin mal, habe ein bisschen übertrieben und habe auf Ludicrous gestellt als Renderdissens. Bin da gerade ein bisschen nochmal rumgeflogen, habe ein Streamchats gemacht. Hier ruckelt es aber ein bisschen, weil ich einfach wirklich so ultra viel von dieser Karte geladen habe. Wir haben hier hinten gestartet. Kann man auch so ganz leicht sehen. Da hinten und sind dann hier die Straße entlang gegangen zu dem Kanal. Und hier ist alles verwoben miteinander. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob ich wirklich alles geladen habe. Ich glaube, da vorne gibt es noch wesentlich mehr zu decken. Das schaue ich mir dann gleich mal an. Aber hier sieht man schon von oben so ein bisschen die Stadtform. Das, wo auch noch ein paar Sachen fehlen. Hinten zum Beispiel oder da ist noch Stadtende. Da wird er wohl noch weiterbauen. Aber das ist alles von nur einer einzigen Person gebaut. Du siehst hier massig Wolkenkratzer, die auch übelst im futuristischen Stil gehalten sind. Und ich muss gleich mal die runterdrehen. Und runterdrehen mache ich gleich auch. Aber nur um es einmal gezeigt zu haben von oben. Und da hinten werde ich dann auch nochmal alles wahrscheinlich neu laden. Das sieht echt richtig, richtig krass aus. Auch ein paar Gebäude, die einfach nur so schief stehen. Vom Design her einfach ein bisschen modernere Formen und Farbe haben. Da vorne ist auch noch Grünzeug mit drin. Sieht aus wie so ein riesiges Hotel oder so. Schauen wir uns gleich mal an. Aber erstmal muss ich jetzt wieder ein bisschen hier Flüssigkeit reinkriegen. Ja, diese Stadt ist doch wesentlich größer als gedacht. Ich bin jetzt gerade mal nach hier vorne geflogen. Und also hier den Fluss entlang. Wo wir gedacht haben, dass hier vielleicht noch ein bisschen mehr ist. Und wo hier dieses Gebäude war, was so komisch geformt war. Und hier ist einfach nochmal eine komplette weitere, wie soll ich mal sagen, so eine Stadtinsel direkt im Meer oder so. Mit Autobahn, Brücken, ähnliches. Das ist alles hier verbunden. Und hier kann auch irgendwas weitergehen. Ja, von einer Person halt gemacht. Ich habe mal Rendezons auf Extrem gestellt. Alles, was über Rendezons Extrem geht, also da lädt es halt einigermaßen noch, ist halt mehr für Bilder dann gemacht oder sowas. Und Extrem kannst du halt noch ein Video reinpacken. Aber Ludicrous oder was das war, das ist ja schon übelst krass. Auch hier eine schöne Häuserform. Allerdings sind hier nicht so viele Details drin, wie wir es aus der anderen Map kennen. Und hier gibt es auch kein Texture Pack, was mit dabei ist. Sondern hier sind ja dann die Vanilletexturen. Aber vom Stil hier definitiv was Neues. Muss halt gucken bei den Gebäuden, dass man... Boah, hier geht es noch wesentlich weiter. Weiter als hier hätte ich gar nicht schauen können. Auch hier lasse ich mal ein bisschen laden. Sekunde. Äh, ja. Also, lädt ziemlich schnell im Verhältnis. So sieht die Stadt auf dieser Seite aus. Lauter kleine Inseln noch. Begrünte Inseln teilweise. Und hier hinten noch ein paar kleinere Häuser, die dann wohl für die ganzen Arbeit ein ähnliches sind. Erinnert mich so ein bisschen an Dubai. An diesen künstlichen Inseln im Meer und so weiter und so fort. Und hier gibt es auch noch super viele Sachen. Aber, äh, okay. Scheint hier hinten am Limit zu sein, mehr oder weniger. Ja, aber das ist doch mal eine riesige City. Dafür, dass das ein Einzelner gebaut hat. Was ich halt besonders mag, sind irgendwie diese, ähm, maßstabsgetreuen Straßen. Sag ich jetzt mal. Dass du auch wirklich die Fahrspuren sehen kannst. Dass du Auffahrten und Abfahrten hast. So Autobahnauffahrt, Anführungszeichen. Das ist halt schon richtig breit und viel Platz, was wir da verbrauchen für diese Fahrspuren. Hier ist eine Auffahrt. Da geht es wirklich hoch. Dann kannst du hier unten wirklich runtergehen. Gut, ist ein bisschen eckig hier. Aber, ähm, sonst war immer so ein bisschen Schwung noch mit drin. Das ist schon echt nicht schlecht. So die Maps mag ich. Muss ich ja echt sagen. Ähm, waren die anderen Maps ebenfalls auch so. Und, ja, Formstrukturen, die halt ein bisschen so dynamisch auch sind. Zwischen den Teilen. Hier gibt es so schönen, ähm, geschmeidigen Wellenformen der Straßen mit drin. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und halt, ja, die Gebäude. Aber gut, innen halt leer. Aber zumindest wurden an Treppen gedacht. Das ist auch schon mal. Treppenhaus wurde gedacht. Ähm, schön, 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 schön. Irgendwo soll noch ein Flughafen, glaube ich, sein. Den muss ich auch noch finden. Irgendwo gibt es einen Airport, wo auch Flugzeuge stehen. Und die muss ich erst noch finden. Ähm, ich schaue mich mal ein kleines bisschen um. Und dann sehe ich, ob ich ihn sehe. Bis gleich. Aha, was habe ich denn hier gefunden? Einen Containerhafen. Das war jetzt nur zufällig. Ich bin einfach mal random rumgeflogen. Und hier gibt es tatsächlich einen Containerhafen mit Kräden und allem Möglichen, dass die Schiffe beladen werden. Ähm, ja. Äh, also ich finde, dieser Stil ist ziemlich, ähm, beschränkt eigentlich auch nur auf ein paar Farben. Nur auf Orange und dann Rot und Grau und Weiß. Und das war es eigentlich. Mehr Blöcke wurden gar nicht verwendet. Auch bei den Schiffen, die es saß. Ich habe zum Beispiel nichts Blaues, nichts Rotes gesehen, nichts Grünes und sowas. Das ist auch so ein bisschen, äh, Geschmackssache dann noch. Äh, es hat halt eine gerade Linie. Aber ein bisschen mehr Farben wäre vielleicht auch noch schön. Aber ich muss ein bisschen weiter fliegen, ob ich jetzt den Flughafen finde. Ich habe den nicht mehr gekriegt hier. Okay, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Nur ein bisschen weiter. Und hier ist jetzt auch noch Landebahn mit allem Möglichen. Allein der Flughafen. Wirklich, das ist Renaissance Extrem. Der Flughafen ist so groß, dass einmal die Renderdissens auf Extreme füllt. Der ist riesig. Allein das hier ist halt das Rollfeld. Gut, das ist halt dann maßstabsgetreu, würde ich sagen. Mal gucken, wo ich jetzt den Hangar finde. Aha, damit kann man doch mal arbeiten. Hier haben wir lauter Plätze, wo Flugzeuge rankommen. Und ein paar stehen auch schon hier. Die werden, äh, be- und entladen. Beziehungsweise ist das hier für ein Gerät. Senkrechtstarter. Hui. Ähm. Fun Fact. Ah, die sehen ein bisschen komisch aus. B, ähm, ich bin in meinem Leben noch nie geflogen. Ich war in meinem Leben noch nie an einem Flughafen. Und, ähm, kann da ja keine Vergleiche ziehen. Aber es sieht gebäudetechnisch auf jeden Fall nach Flughafen aus. So wie ich mir bildlich einen Flughafen vorstelle, so sieht es hier auch tatsächlich aus, muss ich sagen. Ja, das trifft zu. Wir können auch mal reinschauen. Sind halt große Hallen, die aber auch ziemlich leer sind, sag ich jetzt mal. Gepäckabfertigung wahrscheinlich. Oder so Gates, wo du dann durchgehst. Hier vorne ist dann der Eingang. Riesengroß. Ähm, vorne halten dann Parkplätze, halten die Autos an, schmeißen die Leute raus. Hui. Riesiges Gebäude auch wieder. Und nochmal, das hat nur eine einzige Person gebaut. Eine einzige Person. Das ist schon, äh, nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist schon echt, echt viel. Und da können wir auch gleich mal gucken, ob der, ähm, straßentechnisch auch richtig angebunden ist. Weil ich bin jetzt so weit weggeflogen, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, wie ich zurückkomme. Ich hoffe mal, die Straßenwege funktionieren. Ah ja, sieht gut aus. Wir kommen von hier aus in, ähm, die Stadt wieder rein. Also, da wo ich praktisch gespawnt bin, wo ich losgegangen bin, in die City rein, genau in die andere Richtung wäre der Flughafen gewesen. Ich bin einmal komplett außenrum geflogen. Kann man auch mal machen. Passiert. Ach, hier nochmal ein schönes Design, muss ich sagen. Mit so ein bisschen eingepixelten Wänden an der Seite. Ist nicht schlecht. Holy moly. So, ich klicke nochmal in die Stadt, um vielleicht einen etwas schöneren Überblick zu bekommen. Von allem Möglichen oder so ein paar Kleinigkeiten mehr anzuschauen, die ich da noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel die Parkflächen und sowas. Okay. Es ist ein großes Stadtbild, was zusammengebaut wurde, aber hier fehlt jede Menge Detail. Also, da kann man Bauernmier setzen, Parkbänk machen, Brunnen bauen, Gras wachsen lassen, Büsche wachsen lassen und ähnliches. Also, da habe ich sogar noch Ideen, um das ein bisschen aufzupfchen oder so. Ich glaube, was hier wichtig ist bei der Karte, ist, dass du einfach, doll, da wachsen Bäume einfach komplett auf dem Dach. Dass du ein großes Stadtbild, sag ich, machst von weit entfernt, wo du die Details sowieso nicht sehen kannst. Aber ich bin, glaube ich, jemand, der mehr auf Details steht. Also, ich bin jemand, der viel mit so kleinen Dingen rumfummelt. Und das hier sieht doch auch irgendwie vom Häuserstil so ähnlich aus. Also, sowas gibt es auch teilweise schon echt. So Gebäude, die irgendwie so kastenmäßig aufeinander gebaut sind, wie Bausteine, wie Klötze aufeinander liegen. Da gibt es ein paar Gebäude. War nicht irgendwas in Berlin irgendwie so ein Gebäude, so ein bisschen der Art? Bin ich mir gerade nicht sicher, aber das kommt mir auch sehr, sehr bekannt vor, irgendwie vom Stil her. Sieht aber gut aus hier. Und was ich vorhin noch sagen wollte, wo ich abgebrochen hatte, weil ich geschnitten habe und es wieder vergessen hatte, war, was halt wichtig ist dabei, ist, dass du immer unique, also einzigartige Gebäude baust. Und nicht immer nur ein Gebäude hast, das du mehrfach kopierst. Bei so kleinen Hütten, wie man es gesehen hat, bei diesen Anführungszeichen Arbeitersiedlungen war das halt klar. Aber hier sind dann die Gebäude teilweise auch jedes Mal einzigartig. Also, dass die eigentlich kein zweites Mal dastehen oder in Ausnahmefällen halt. Und die Brücken sind auch vor allen Dingen einzigartig. Das heißt, jede sieht ein bisschen anders. Sie ist so ein bisschen grün, da kannst du drüber laufen. Oh, der hat sogar die Brücke mit begrünt. Das ist eigentlich eine echt gute Idee. Also, infrastrukturtechnisch ist die Stadt richtig gut eigentlich. Nur die Details. Aber das kannst du ja nicht machen, wenn das so ein Ding ist. Wie gesagt, der hat die auch alleine gebaut. Und hier vorne habe ich gerade noch was gesehen. Dieses Gebäude hier. Unterschiedlich große Fenster. Also, das ist halt echt gutes Design. Kleine, mittelgroße bis große Fenster. Wie so ein Käse in der Art aufgebaut. Von oben so klein nach unten. Dann in der Mitte wird es groß. Dann in der Mitte ist es am größten. Dann wird es immer wieder klein nach unten rechts. Hui. Schönes Design. BS steht da. Oder war. Ach Gott, hier kann man sich drin verlieren. Und das ist einfach schön zum Anschauen. Aber ich denke mal, ich werde jetzt hier auch einen kleinen Stopp machen. Ich hoffe mal, das hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, kann ich auch noch mal in die andere City rein. Oh, mein schönes Haus hier. In die andere Stadt nochmal rein. Da ist auch noch super viel zu entdecken, denke ich. Vielleicht gibt es da das nächste Stadtvideo dann. Trotzdem ist es mal eine schöne Abwechslung, denke ich mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr weitere Stadtmaps oder ähnliche Großprojekte sehen wollt, dann sagt mir Bescheid. Dann schaue ich mir die mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst, lass krachen. Oh, ich muss mal jetzt. Great Dings. Bis demnächst, lass krachen. Und tschüss. Tschüss. Bis demnächst, lass krachen. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Aber das ist dealing.